Huxle Let's Plays präsentiert Let's Play Stardew Valley. Wie zerbrechlich hältst du mich? Huxle kommt einfach so von links, warum auch immer. Auch dass die Figuren durch das Labyrinth gehen, dass sich manche fürchten und so. Ich finde, das ist einfach so, so liebevoll und schön gestaltet, dieses Fest. Und deswegen liebe ich das halt so. Und wegen des Soundtracks. Ein Casino! Boah, das ist wirklich super cool. Und schaut mal, wer da vorne steht. Schön, dich endlich zu treffen, Kind. Willkommen in meinem exklusiven Clubhouse. Irgendwelche Pläne für heute? Ja, ich gehe heute ins Kino mit Kind. Wieso gehst du mit mir nie ins Kino? Ach, Schatz. Darauf habe ich keine Antwort. Boah, ich bin richtig aufgeregt gerade. Oh, ein kleiner Dino unten links. Oh, ist das hier die Insel?